An alle, die sich jetzt denken, was zum Frick geht hier ab? Wir haben mit Chats zusammen gestern einen Shopping-Stream gemacht und die Klamotten sind schon da. Ich würde sagen, wir machen jetzt so Dress to Impress Real Life. Ich zieh die an und ihr sendet dann Sterne, wie cool ihr das findet. Ist das nicht super Content? Wie kann man so out of content sein? Nein, das ist krass. Behalten. Star, Star, Star. Drei von fünf? Fuck. Das ist so hässlich. Ich zieh aus wie eine Garnine. Leute, da kann ich nicht raus. Das ist nicht mal ein Stern. Das ist so hässlich, Leute. Das geht leider gar nicht. Das kann man auch gar nicht geil machen. Ich sehe aus wie so eine wilde Tante, die so viel Eierlikör getankt hat. Nein! Ich kann euch das nicht zeigen. Meine ganze Tante ist draußen. Ich weiß nicht für wen, die dieses Kleid gemacht haben. Das geht ja nicht. Also hier so sieht das eigentlich ganz süß aus. Fatal. 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 Star, Star, Star. Mann, ich hätte mich so darauf gefreut. Das war so süß. Das sah so süß aus. Warte, ich kann euch die eine Seite zeigen. So. Das sieht noch süß aus, ne? So vom Ding her. Checkt ihr? Ne, ich machbar. Aber guck mal, wie süß das eigentlich aussehen würde. Ich krieg's nicht hinten zu, weil ich alleine bin. Es wäre hier dann oben auch noch ein bisschen enger so. Weil ich glaube, es ist süß, oder? Do you like it? Ja, Pippa beim Stern. Ich finde es auch echt sehr süß. Das mit so Sommerschuhen. Mit so Wedges. Miau. Toll. Guck mal, eins wenigstens, was passt. Das ist es nicht. Der BH, also mein Bikini, den ich anhabe. Äh. Das ist einfach nur, ich hab Titten. Mehr ist es nicht. Es ist Omaskardine plus Titten. Das ist für'n Arsch. Oder? Also ich kann das nicht anprobieren ohne Bikini. Ohne Bikini könnte das halt süß sein. Ja, ne. Ich glaube, ich guck mir das nochmal an selber und dann entscheide ich. Weil an sich ist es süß. Also ich finde halt so das hier unten. Aber es ist halt hier hinten auch sehr locker. Das ist halt auch so. Ähm. Ich sehe aus wie eine Flamenco-Tänzerin. Eine dickliche. Nee. Nee, das ist, das ist für'n Arsch. Das sitzt hier auch überhaupt nicht gut. Das ist halt immer das Ding. Also das hat hier so... Sieht aus, als ob ich mir ein Strandhandtuch einfach umgebunden hab. Ich krieg hier Body Dysmorphia. Guuuut. Das ist hier ganz komisch. Warum ist hier so viel Platz? Das sieht scheiße aus. Es ist Quatsch. Wie sehe ich damit aus? Nein. Der Rücken ist schön, aber das ist auch das Einzige, was das so bietet. Ich weiß auch nicht, was hier vorne passiert, aber ich finde davon nichts geil. Das ist eigentlich ganz süß, oder? Ich finde das für mich das Beste. Ich finde das sieht ganz süß aus. Ich glaube, das ist von allen so mit das Schönste, ja. Zu weit oben geschnitten, wie meinst du? Also das kann man hier auch noch verstellen. Man kann hier auch noch höher und tiefer machen. Das ist ganz geil. Aber ich finde das sehr schön. Der Rücken ist auch richtig hübsch. Toll, oder? Das finde ich schön, das Kleid. Hört euch das auch, wenn ihr dir fünf Sterne geben? Ich mach Post-Tour-J-A für euch. Yes? Warte, Biceps Post, bitte. Was? Was bin ich mal da? Okay. Aaaaaaaaaaaaaaaaah. What do we think? Ihr müsst euch das Ganze halt mit hohen Schuhen vorstellen und nicht mit Socken. Und die müsste ich halt vorstellen. Ich habe dann halt so eine fette Perlenkette. Ja? Es sitzt halt nicht so gut, wie es sitzen könnte. Es ist zu locker leider. Und auch, ja, dieses an den Hüften da. Das ist hier so. Die Idee ist an sich geil. Aber die Umsetzung des Kleides ist halt so ein bisschen für den Arsch. Auch hier oben, die Brustpartie ist auch irgendwie... Was is it? Nein! Der Schnitt ist irgendwie komisch. Geil, Freunde! So, ihr kleinen Mäuse. Hi, 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 hi. Ja, super. Oh, ich muss sagen, dieses... Dieses Kleid betont... Ich sag mal, meine femininen Waffen äußerst gut, ne? Ja, was sagt ihr, Chat? Was sagt ihr, Chat? Hä? Was sagt ihr? Slay? 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 Die Träger sind falsch. Oh. Warte, habe ich das falsch rum an? Ist das falsch rum? Träger an der Seite? Ah. So? Na, fucking way, Bro. No fucking way. So trägt man den Schein. Digga, wie ist Nova mit ihren Titten hier reingekommen, Bro? What the fuck? Slay, bitch. Slay. Slay, pussy bitch. Kannst du Post 28 machen? Was? Post 28. Ist das Post 28? Mein Auseinander. Ja. Ja. Super. Super. Bitch. Ich wohne in einem Irrenhaus. Ja, Freunde. Das war Dress to Impress in Real Life. Ich bin absolut out of Content, wie man sehen kann. Also, schreibt doch mal gerne unter dieses Video coole Sachen, die ich im Stream machen kann, auf die ihr Bock habt. Haha. Cool. Schönen Tag noch. Noe nimm mal gerne, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, bis zu. Vielen Dank.